schaut euch mal mein cape an schaut euch mal mein cape an einen wunderschönen guten tag meine freunde und herzlich willkommen zurück hier auf meinem kanal ich habe lust euch ein bisschen was zu zeigen und ich frage mich ob ihr mir helfen könnt aber ich kenne die antwort glaube ich schon natürlich könnt ihr mir helfen aber bevor wir mit dem eigentlichen video anfangen möchte ich euch zeigen wir haben jetzt was neues auf unserem server und zwar haben wir jetzt ganz tolle capes und die könnt ihr euch bei uns kaufen ja natürlich kaufen für echtes geld die kriegt man auch teilweise geschenkt aber am schnellsten geht es halt so man einfach ein slash cape dann in die kategorie ich muss jetzt dazu sagen dass diese capes hier immer erweitert werden also es werden immer wieder neue dazukommen das werden nie alle nur die bleiben es werden immer wieder andere dazukommen und hier kann man sich dann welche aussuchen welche man haben möchte wenn man die natürlich schon besitzt so wie ich jetzt zum beispiel habe ich mir eine schildkröte hier hinten dran gehängt ist ganz witzig ja meine freunde also das ist jetzt quasi neben den loot trades die jetzt gekommen sind die nächste möglichkeit im server ein bisschen zu unterstützen wenn ihr da bock drauf habt die capes bringen euch absolut keinerlei spielerischen vorteile es ist halt nur es sind capes mehr nicht wenn ihr bock drauf habt könnt ihr euch welche holen wir nicht dann lasst das bleiben ansonsten spielt einfach ganz normal also es gibt bestimmt auch events sag ich mal und ja eventuell kann man auch mal capes gewinnen mehr verrate ich aber noch nicht meine freunde heute geht so was ganz anderes heute geht es nicht um loot trades und auch nicht um capes heute geht es um die spawnplots hier die sind immer noch leer meine freunde wird auch ein kurzes video ist aber nicht schlimm finde ich man darf auch mal ein kurzes video machen ist besser als gar keins auf jeden fall was ich sagen wollte ist hier spawnplots und die sind leer und diese mit absicht leer weil einfach noch nichts ihr könnt euch daran erinnern ganz viele waren böse und haben gesagt das was soll denn das warum sind so hässliche plots am spawn und damit das dieses mal nicht passiert gehen wir einfach mal hier lang also hier hat jemanden spawn nachgebaut ganz offensichtlich von irgendwas anderes gehen wir mal hier lang und gucken uns mal um was es hier so gibt und man kann sich hier einfach mal ein bisschen umgucken so und jetzt gibt es hier natürlich schon ganz viele plots ja ganz viele neue plots ganz viele vor allem hässliche plots vor allem sehr hässliche es kann ja nur sahne oder so gehören wir hörten das ist nämlich voll aus bedrock ja klar gehört hat sahne so was gibt es denn hier drinne was ist hier drinne was ist denn hier wichtig ist drinne das hässliche was ist denn hier los sahne und baust du mir so ein hässlichen block hierhin ist doch nichts so nicht mal wichtig hier ist überhaupt nichts warum baut man sowas ist ja nie also sahne du machst mir mein server nicht hässlich so weg damit weiter gucken also wir haben ja hier bin ich in der doofen stelle ist das letzte mal wo ich rum geflogen bin habe ich nur geile plots gefunden wir haben ja hier schon die ersten plots die schon gebaut wurden und ich würde sagen meine freunde ihr könnt einfach entscheiden welches von diesen plots an den spawn soll ihr wisst also noch sind keinerlei spawn plots vergeben das heißt jetzt habt ihr noch alle möglichkeiten und alle chancen dieser welt an den spawn zu kommen ihr schreibt mir am besten einfach in die kommentare welchen plot ihr gerne am spawn sehen würde also da gibt es bestimmt plots wo ihr euch denkt boah das muss an den spawn das kann euer eigenes sein das kann aber auch von jemand anderes das plot sein es muss nur fair sein also irgendwas total hässliches ist natürlich bringt es nichts ne das wird es dann kommt da nicht ansporn das wird auch die community dann nicht unbedingt an den spawn haben wollen aber vielleicht ist hier irgendwo irgendwo dazwischen eine oder zwei plots wo ihr sagt wo das will ich ansporn haben dann schreibt mir das mal in die kommentare und ich wenn ich genug gesammelt habe von euch suche ich mir ein paar von den plots raus und dann gucken wir uns die zusammen an und dann dürft ihr entscheiden welche diese plots sollen an den spawn kommt die ganz einfache sache tut mir leid dass ich mich heute komisch anhöre ich habe ein bisschen probleme mit den stimmbändern und die ist irgendwie gerade alles verbuggt bei mir und es ist heute wie gesagt sehr kurz ist ja nur ein info video und ihr könnt jetzt loslegen schreibt mir in die kommentare welches plot hier an den spawn soll und ich suche mir dann raus also aus den kommentaren und in den nächsten videos zeige ich alle plots ihr vorgeschlagen habt und ihr könnt dann abstimmen welches plot an den spawn soll und welches nicht und das machen wir so lange bis alle plots am spawn voll sind ganz einfache geschichte also meine freunde ich bedanke mich fürs zusehen wir sehen uns im nächsten video wieder bisher hin tschüss